Hi und herzlich willkommen heute wieder zurück auf unserem YouTube-Kanal und heute haben wir wichtige News für euch. Wir gehen nämlich in die Winterpause mit dem YouTube-Kanal, ist auch ganz klar, es wird ja kalt, aber davor möchten wir noch was ganz cooles und wichtiges ankündigen bzw. euch weitergeben. Ihr habt es vielleicht so mitbekommen, aber wir haben eine super coole Idee zu Weihnachten. Wenn ihr immer jetzt noch kurz vor Weihnachten auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid und ihr noch nicht wisst, was soll ich schenken, soll es dir ein Buch sein, Socken, dann haben wir eine richtig coole Idee, denn bei uns kann man jetzt einen grünen Rasen zu Weihnachten verschenken. Richtig, ihr habt richtig gehört. Einen grünen Rasen, wie verschenkt man das Ganze? Ja, mit einem Jahresabo, so haben wir es uns überlegt. Dieses Abo wird einmal bezahlt, geht dann automatisch ein Jahr lang mit allem drum und dran. Dreimal Turbo-Grün, Langzeit-Rasendünger und einmal Herbstdünger ist in dem ganzen Paket drin. Ihr müsst euch oder vor allem eure Beschenken, die müssen sich gar keinen Gedanken mehr machen, die kriegen automatisch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Dünger geliefert. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig coole Idee, mal was anderes, mal was, und vielleicht ein bisschen, das auf jeden Fall für Überraschungen am Weihnachtsabend sorgt und auf jeden Fall richtig cool. Genau, und wie gesagt, wir machen jetzt eine Winterpause und werden uns spätestens nächstes Jahr wieder mit richtig coolen Dingen und richtig coolen Aktionen melden. Wir wünschen euch jetzt alle schöne Weihnachten, eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr.